Kapitel 26 Die Vereinigung von Seele und Wirtschaft Der Mann, der das kann, will den Barockzauber alter österreichischer Kultur genießen. Der Parallelaktion wird dadurch eine Idee geboren. Diotima kannte keine unrechten Gedanken, aber wahrscheinlich verbarg sich an diesem Tag vielerlei hinter dem unschuldigen kleinen Mohrenknaben, mit dem sie sich beschäftigte, nachdem sie ihre Zofe Rachel aus dem Zimmer geschickt hatte. Sie hatte deren Erzählung noch einmal freundlich angehört, seit Ulrich das Haus seiner großen Cousine verlassen hatte, und die schöne gereifte Frau fühlte sich jung und wie mit einem klingelnden Spielzeug beschäftigt. Einst hatte sich der Adel, hatte die Vornehmheit, sich Mohren gehalten. Es fielen ihr reizende Bilder ein, von Schlittenfahrten mit bewimpelten Pferden, federgeschmückten Lakaien und reif gepuderten Bäumen. Aber diese fantasievolle Seite der Vornehmheit war längst eingegangen. Das Gesellschaftsleben ist heute seelenlos geworden, dachte sie. Es war etwas in ihrem Herzen, das für den kühnen Außenseiter Partei nahm, der es noch wagte, sich einen Mohren zu halten, für den inkorrekt vornehmen Bürgerlichen, den Eindrängling, der die erbgesessene Macht beschämte, wie der gelehrte griechische Sklave einst seine römischen Herren beschämt hat. Ihr von vielerlei Rücksichten krumm geschlossenes Selbstbewusstsein desertierte ihm als Schwestergeist entgegen. Und dieses, im Vergleich mit allen ihren anderen sehr natürliche Gefühl, ließ sie sogar darüber hinwegsehen, dass Dr. Arnheim, wenn sich auch die Gerüchte widersprachen und verlässliche Nachrichten noch nicht vorlagen, von jüdischer Abstammung sein sollte. Von seinem Vater wurde das nämlich mit Sicherheit erzählt. Nur die Mutter war schon so lange tot, dass eine Weile vergehen musste, ehe man Genaues erfuhr. Es wäre übrigens möglich gewesen, dass ein gewisser grausamer Weltschmerz in Diotimas Herz gar nicht nach einem Dementi verlangte. Vorsichtig hatte Diotima ihren Gedanken erlaubt, den Mohren zu verlassen und sich seinem Herrn zu nähern. Dr. Paul Arnheim war nicht nur ein reicher Mann, sondern er war auch ein bedeutender Geist. Sein Ruhm ging darüber hinaus, dass er der Erbe weltumspannender Geschäfte war, und er hatte in seinen Musestunden Bücher geschrieben, die in vorgeschrittenen Kreisen als außerordentlich galten. Die Menschen, die solche reingeistigen Kreise bilden, sind über Geld und bürgerliche Auszeichnungen erhaben. Aber man darf nicht vergessen, dass es gerade darum für sie etwas besonders Hinreißendes hat, wenn ein reicher Mann sich zu ihresgleichen macht. Und Arnheim verkündete in seinen Programmen und Büchern noch dazu nichts Geringeres als gerade die Vereinigung von Seele und Wirtschaft oder von Idee und Macht. Die Empfindsamen mit der feinsten Witterung für das kommende begabten Geister verbreiteten die Meldung, dass er diese beiden in der weltgewöhnlich getrennten Pole in sich vereine und begünstigten das Gerücht, dass eine moderne Kraft auf dem Wege und berufen sei, einstmals noch die Geschicke des Reichs und, wer weiß, vielleicht der Welt zum Bessern zu lenken. Denn, dass die Grundsätze und Verfahren der alten Politik und Diplomatie Europa in den Graben kutschierten, war ein seit langem allgemein verbreitetes Gefühl und überhaupt hatte damals in allem schon die Periode der Abkehr von den Fachleuten begonnen. Auch Diotimas Zustand ließ sich als Auflehnung gegen die Denkweise der älteren Diplomatenschule ausdrücken. Darum begriff sie sogleich die wundersame Ähnlichkeit, die zwischen ihrer und der Stellung dieses genialen Außenseiters bestand. Der berühmte Mann hatte ihr überdies, sobald es nur anging, seine Aufwartung gemacht. Ihr Haus war bei weitem das Erste, dem diese Auszeichnung wieder fuhr. Und das Einführungsschreiben einer gemeinsamen Freundin sprach von der alten Kultur der Habsburger Stadt und ihrer Menschen, die der Arbeitssame zwischen unvermeidlichen Geschäften zu genießen hoffe. Diotima fühlte sich ausgezeichnet wie ein Schriftsteller, der zum ersten Mal in die Sprache eines fremden Landes übersetzt wird, als sie daraus entnahm, dass dieser berühmte Ausländer den Ruf ihres Geistes kannte. Sie bemerkte, dass er nicht im geringsten jüdisch aussah, sondern ein vornehmen bedachter Mann von phönikisch-antikem Typus war. Aber auch Arnheim wurde entzückt, als er in Diotima eine Frau antraf, die nicht nur seine Bücher gelesen hatte, sondern als eine von leichter Korpulenz bekleidete Antike auch seinem Schönheitsideal entsprach, das hellenisch war, mit einem bisschen mehr Fleisch, damit das Klassische nicht so starr ist. Es blieb Diotima bald nicht verborgen, dass der Eindruck, den sie in einem Gespräch von zwanzig Minuten Dauer auf einen Mann mit wirklichen Weltbeziehungen zu machen imstande war, gründlich alle Zweifel zerstreute, durch die ihr eigener, doch wohl in etwas veralteten diplomatischen Methoden befangener Mann ihre Bedeutung beleidigte. Mit sanftem Behagen wiederholte sie sich dieses Gespräch. Es hatte noch kaum begonnen, als Arnheim schon sagte, er sei in diese alte Stadt nur gekommen, um sich im Barockzauber alter österreichischer Kultur ein wenig vom Rechnen, vom Materialismus, von der öden Vernunft eines heute schaffenden Zivilisationsmenschen zu erholen. Es sei eine so heitere Seelenhaftigkeit in dieser Stadt, hatte Diotima erwidert, und sie war es zufrieden. Ja, hatte er gesagt, wir haben keine inneren Stimmen mehr, wir wissen heute zu viel, der Verstand tyrannisiert unser Leben. Da hatte sie geantwortet, ich verkehre gern mit Frauen, weil sie nichts wissen und umgebrochen sind. Und Arnheim hatte gesagt, trotzdem versteht eine schöne Frau weit mehr als ein Mann, der trotz Logik und Psychologie gar nichts vom Leben weiß. Und da hatte sie ihm nun erzählt, dass ein ähnliches Problem wie die Befreiung der Seele von der Zivilisation nur ins Große und Staatliche projiziert, hier die maßgebenden Kreise beschäftige. Man müsste, hatte sie gesagt, und Arnheim unterbrach sie, das sei ganz wundervoll, neue Ideen oder, wenn es erlaubt sei zu sagen, hier seufzte er leicht, überhaupt erst Ideen in Machtsphären zu tragen. Und Diotima war fortgefahren, man wolle Komitees aus allen Kreisen der Bevölkerung bilden, um diese Ideen zu ermitteln. Aber eben da hatte Arnheim etwas ungemein Wichtiges. Und in einem solchen Ton freundschaftlicher Wärme und Achtung hatte er es gesagt, dass sich die Warnung Diotima tief einprägte. Nicht leicht, hatte er ausgerufen, werde auf diese Weise etwas Großes zustande kommen. Nicht eine Demokratie von Ausschüssen, sondern nur einzelne starke Menschen mit Erfahrung, sowohl in der Wirklichkeit wie im Gebiet der Ideen, würden die Aktion lenken können. Bis hierher hatte sich Diotima das Gespräch wörtlich wiederholt. Aber an diesem Punkt löste es sich in Glanz auf. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, was sie selbst erwidert habe. Ein unbestimmtes, spannendes Glücks- und Erwartungsgefühl hatte sie die ganze Zeit über immer höher gehoben. Nun glich ihr Geist einem ausgekommenen, kleinen, bunten Kinderballon, der herrlich leuchtend hoch oben gegen die Sonne schwebt. Und im nächsten Augenblick zerplatzte er. Da war der großen Parallelaktion eine Idee geboren, die ihr bis dahin gefehlt hatte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk,